Okay, schau, okay. Das ist für mich der Brasilian. Hey, ich habe ein Vorstellungsvermögen. Ich denke, die Leute müssen sich das bildlich vorstellen können. Da sind zwei Beine und das von vorne. Das ist eigentlich der Strich in der Mitte. Hollywood. Hollywood? Okay, Hollywood ist für mich... Es hat gar nichts. Es ist glatt wie ein Babypopo. Next one. Bikini-Zone? Bikini-Zone? Ach, meinst du jetzt so ein Bikini-Dings? Ah! Also das ist dein Bein, Bein und das ist eigentlich die Bikini-Hose hier. Eine meiner Ex-Freundinnen hat so ein Dings. Melli? Ich sage es nicht, Adolf. Ich denke, oben dran ist so wie ein Dreieck. Also ein Dreieck, das symbolisiert so ein Bikini. Illuminat. Ja, die Illuminat. Sie hat so rasiert, dass es so ein Dreieck gibt. Auch mit einer Feiligegabe. So... Hey! Ah, da musst du rein. Ja, klar. Hart. Hast du schon mal eine von das gehört? Nein! Nicht? Weil du schon? Nein! Einer meiner Ex-Freundin hat mal gesagt, das wäre cool. Willst du ein Herzchen machen? Und wenn du noch einschreibst, schade? Ja, voll! Mit einer Zeh drin! Ja, das wäre verdammt stylisch. Du hast die Hose ab und machst das hier. Oh, für mich! Das ist wirklich ein effektives Herz. Mein Lieblingsgetränk. Martini-Glas. Ich habe jetzt wortwörtlich ein Martini-Glas abgebildet. Du hast ein Putsch-Glas gehabt. Ein Putsch-Glas. Egal, oder? Bei, bei. Und dann ist es eigentlich wie beim Glas... äh... äh... Ah, du hast... Sie hat den Dreieck oben und dann das lange Ding... Ja. Und welcher am meisten vorkommt? Ja, da. Hollywood. Ich habe das gesagt. Dann habe ich Brasilien gesagt. Ich glaube, ich bin vorzüge nichts. Ich bin nicht so... Ich habe noch nie irgendwie... Ich kenne keinen Mann, der würde abziehen und sagen... Ah, nein, das geht nicht. Brasilien... Ich mache Brasilien nicht. Es geht nicht. Ein heftiger Buscher. Ein heftiger Buscher? Wer ist Megan Fox? Wer ist mir scheisse? Sie können bis zu den Knü haben, wer ist Megan Fox. Ich? Im Moment... ... habe ich Hollywood. Hollywood? Ob du bist in Hollywood? Ja, im Moment habe ich Hollywood. Ja, ich habe die Style, oder? Das soll ich mir. Ah, das ist... Jetzt... Jetzt kommt auch unser... Deja! Malta! Malta!